Was ist der Sacharow-Preis der jungen Frau Malalala vergeben? Der Sacharow-Preis wurde vom Europäischen Parlament der jungen Frau Malalala vergeben. Es war eine sehr ergreifende, lange Zeremonie. Sie haben diese Kandidatin unterstützt. Aus welchen Motiven? Ich habe sie deswegen zum ersten Mal überhaupt einen Kandidaten mitnominiert, weil ich der Meinung war, dieses Mädchen hat es erstens verdient. Und zweitens wollte ich damit auch ein Zeichen setzen gegen den islamischen Fundamentalismus. Und das ist eigentlich mein Hauptmotiv gewesen, um zu zeigen, dass zumindest in den Ländern, wo der Fundamentalismus derzeit auf den Vormarsch ist, dass es auch Widerstand gibt. Und das sollte auch das pakistanische Volk und das sollten überhaupt die Moslems kritisch zur Kenntnis nehmen. Aber fürchten Sie nicht, dass gerade dieser Fall, dass ein junger Muslima den Preis erhält, dazu führt, dass einige Kräfte in der Gesellschaft das Instrumentalisieren für mehr Islam in Europa? Ja, das ist genau das Gegenteil, das Signal, das damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Europa muss langsam sich wehren anfangen. Europa muss langsam Gegenposition beziehen. Und da ist dieser Preis nur ein winziges Symbol dazu. Aber es ist ja auch die Rede von der Malala, die gewesen ist, dass sie auch nicht nur für das Recht auf Ausbildung von Mädchen eingetreten ist, sondern dass sie auch gegen die Verheiratung von Mädchen im Kindesalter Position bezogen hat. Sie hat ihre Rede mit Gott begonnen, quasi unter der Anrufung Gottes. Wie haben das die Abgeordneten im Plenum aufgenommen? Ja, das ist, solange man irgendeinen Gott benennt, der nicht der Christengott ist, da drinnen die größte Toleranz vorhanden. Aber wehe, wenn man im Namen des dreifaltigen Gottes, des wahren Gottes, eine Rede beginnen würde, dann würde da wahrscheinlich ein Aufschrei veranstaltet werden. Herr Messerschmidt, du bist ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Vielen Dank, dass du mit uns heute mit uns bist. Mein Pleasure. Diese Woche hat der Europäischen Parlaments den Sakharov-Prize zu Frau Malala gegeben. Es war eine unglaubliche Ceremonie. Alle MAPs hatten. Was waren deine Gefühle über den Sakharov-Prize? Ich denke, dass wir wirklich einen sehr guten Kandidaten für den Sakharov-Prize gefunden haben. Ich denke, dass diese junge Frau, die wirklich hat, und hat in ihrer eigenen Körper, die kämpfung für Freiheit und die Recht zur Bildung, sie ist die richtige Person, um diesen Preis zu gewinnen. Es hat sich um die realen Strukturen, die wir heute in der Welt haben, zwischen den Dark Forces, wie Taliban, Al-Qaida und andere Gruppen, die wollen die Zugang zu gewinnen, die Zugang zu Bildung, für Menschen wie Malala. Und dann, auf der anderen Seite, die wundervolle Menschen, die, in der Spiege von dieser Gefühle, kämpfen für ihre Recht und die Recht zur Bildung, und eine gleiche Gegebenheit, zu irgendwelchen Bedürfungen in der Leben. Ich denke, es war ein guter Tag, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Aber Sie fühlen nicht einen Abfall von Malala für mehr Integration von Islam? Ich meine, es gibt bestimmte politische Macht, die gewonnen haben, und die immer benutzen, solche Beispielen, um ihre eigenen Projekte zu integrieren. Ja, man kann immer die Motiven von solchen Preis hier glauben. Und es hat natürlich, für die letzten paar Jahre, eine Inflation in diesen Preis gegeben, besonders nach der Europäische Union bekommen die Nobel Peace Prize, das ist ziemlich schrecklich. Aber in der Ende des Tages, ich denke, was Malala symbolisiert ist, dass, wenn es um ein Land wie Pakistan gibt, es gibt verschiedene Gruppen, die sehr schrecklichen Forderungen der Taliban, die leben in der Kalifaten, mit dem Koran als die einzige Art, und es wäre die Mittel-Age, oder sogar weniger als das. Und dann, die Menschen, die in Frieden und die modernen Leben glauben. Und natürlich, wenn man unvergültige Migration in Europa wird, die Menschen kommen von beiden Gruppen kommen. Sie werden die sehr fundamentalistischen Menschen kommen, wie wir sehen, in Terror-Attacken, in anderen Situationen in Europa. Und natürlich, was wir hoffen können, Menschen wie Malala. Ich denke, dass dieses Beispiel jetzt diskutiert, und als ein Symbol von Menschen in Pakistan, auch für die Freiheit und die Freiheit zu Bildung, das ist eigentlich gut, nicht nur für Malala, in der Fall, in der Fall, aber auch für die Diskussion von Migration.